so jetzt müssen wir so 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 wieder hoch rechts alles mal nachladen das ding war ja eine schuppel aber auch hier kleinen schlüssel gespeichert ist noch vernachladen könnte das messerchen ist auch ganz praktisch alles nachladen was geht ich wollte ja mal gucken so runter mindestens immer eine blendig kann ich ja kurz erst erschießen dann die aufbauungsbox willst du mir jetzt damit sagen ein türmchen mit ölchen verwecken sie leise bitte chroniken der arbeit juli zwei jahre nach meinen erwachen jamon mein über alles erhabene herr und gebiete hat mir die wahrlich rechtschaften aufgabe erteilt die schwächeren unserer menschlichen form zu überkommen nach perfektion zu streben wie wir sie in unserer ein glieder füße geschwistert ich werde die sachen bereitwillig mein leben widmen januar vier jahre nach meinem erwachen mein erfolg steht und fällt mit der frage ob ich die schwarze flüssigkeit erfolgreich in den menschlichen körper übertragen kann die gebärmutter ist der schlüssel reine seelen haben sich als äußerst formbar und anpassungsfähig erwiesen januar sechs jahre nach meinem erwachen ich habe die heiligen larven die die auserwählten in ihren gebärmüttern tragen nach mir benannt u2 sie sollen das ansehen meiner familiendamen tragen ganz als ob ich zu ihr sie aus meinem geeignetem fleisch geboren hätte die u2 haben nun etwas die größe einer erwachsenen menschen und sie fressen und vermehren sich ohne unterlast ich habe erfolgreich eine neue spezies erschaffen mein herr hat meine bemühungen gewürdigt und mir sein lob erteilt er hat gefallen an den u2 gefunden und nennt sie novistadores die ungesehenen mir wurde mitgeteilt dass sogar seine heiligkeit lord settler höchstpersönlich seine zufriedenheit mit meiner arbeit ausdruck verliehen hat welche große ehre kann durch die schleier meiner freundin kaum erkennen was ich schreibe ein treuer diener isidore uriata talerwara ganz mit dem ein paar komische gillee artige insekten in eine gebärmutter geschwängert auf andere art und weise geschwängert auf andere art und weise auch ich hab noch ja ich will gar nicht wissen wie die dinge da untereinander da gewachsen sind und die viecher erinnern mich vorher man im black ja 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 Die fressen wir. Da ist die Kiste. Fuck. Da wollen die da gerade hin. So. Nur bisschen wahr. So, da hinten ist der Schatz, den will ich. Ich muss hier weitermachen. So, Schmuckkiefer war mir klar, dass es jetzt ein Kiefer sein muss. Cool, dass da der hinten ist. Weil das ist hier wahrscheinlich sowieso wieder ein Dauerspawn. Langsam habe ich genug. Für die habe ich ja jetzt gerade sowieso keine Munizum. Ich brauche mal ein bisschen Flintenmonitionen wieder. Habe ich jetzt die Kiste kaputt gemacht? Ja, habe ich. Äh, der Schatz ist links. West, gerade hier. Hier. Da. Komm, 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 komm. Ich habe fast gar nicht auf mein Leben geachtet, sehe ich gerade. Ich brauche Nachschub. Na, recht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du Nachschub brauchst. Danke. Aua. War nur Dings. Aua. Nein. Lass mir die Kisten doch erstmal kaputt machen, bevor ihr mich weiter verprügelt. Ja, wie die Platz, leider. Aua. Hey, muss ich denn hin? Tschüss, ja. Alter. Alter. I'm the second party. I'm the second party. I'm the third party. I'm the third party. I'm the third party. ich könnte ein bisschen leben gebraucht aber das ist aber über überschätzt es da gibt der bb erst mal eine schelle die sau jetzt habe ich alle ja hier habe ich alle ich muss sagen ja bitte nicht aber sagen dass ich das jetzt kommt mit vernichten oder sonst irgendwas es ja ja kann ich nicht mehr als oder Was ist das? Das wird lustig mit zwei von diesen Idioten. Inner ist er schon assi. Wohooo! Ich habe das Schiefgegen gehört. Oh Reicht ja nicht die Großen? Nein, da müssen wir noch Kleine mit dazu mischen. Doppelstutum. Mal haben Sie den Kopf ausgewisert? Ja. Ah! Ah, ich bin schon da. Was ist das? Ich glaube, das hat nichts gebraucht. War klar, dass jetzt noch einer mit Schutzschutz kommen muss. Ich werde aufgeschlitzt. Was ist das? Was ist das? Rotes Kraut. Cool! Rotes Kraut, aber kein grünes Kraut. Oh, ich habe nichts gesagt. Was ist das? Fuck, ich wollte verbringen. Puh! Du hast Klee im Gesicht! Ich hoffe, das ist gescheit. Aus dem Weg! Dann geht es, von hinten zu kommen. Wo sieht hier noch was rum? Nö, sieht nicht so aus. Okay. Wo ist noch einer von denen? Oh, das war so klar. Gehst du mir bitte meine Pfeile? Dankeschön. Geht mir bitte. Nehmt los, dass du nicht weg bist. Nein. 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 Nee. Nein. Ja, du solltest mal zum Arzt gehen, wenn du erstmal hast. Los. Doch, doch, schrei. Ihr wird gefoltert. Äh, äh. Peter! Peter! Ah! Jesus! Get me! Aqui nos despedimos, Señor Kennedy. Ah! Halt durch, Ashley. Bin gleich zurück. Jetzt wird die Nummer zurück. Jetzt wird die Nummer zurück. Vielen Dank.